Es war einmal. Wie groß ist das Verlangen nach einem Aufbruch? Der Drang, neue und ungewohnte Erfahrungen zu machen. Die Lust am Risiko, der Wunsch, Grenzen zu überschreiten. Unbekanntes Erkunden, Unverhofftes Entdecken. Nur wer Neues ausprobiert, wird überrascht. Was hat das alles mit dem Erzählen von Geschichten zu tun? Gute Geschichten brauchen Abenteuerlust. Gute Geschichten. Guteаш